Wir befinden uns diese Woche auf einer gemeinsamen Messkampagne der ZF Friedrichshafen mit den Graz Linien. Wir erproben hier unser innovatives Condition Monitoring System, bei dem es auch um die Verschleißüberwachung des Radschienenkontaktes geht. Wir haben dazu zwei Fahrzeuge ausgerüstet, mit unserer in Entwicklung befindlicher Hardware, das heißt der Heavy Duty Tech und das ZF Secure Gateway, welche parallel mitgemessen werden durch eine hochauflösende Sensortechnik der zentralen Entwicklungsabteilung, der Akustik, die hier einen Messabgleich unserer Sensorik mit den Messsystemen macht. Für die Erprobung sind wir auf speziell präparierten Gleisen unterwegs, das heißt wir haben ein Nullgleis hergestellt. Ein Gleis, auf dem das Originalprofil frisch aufgeschliffen ist, mit wenig Erschütterung. Parallel fahren wir auf einem normal im Betrieb befindlichen Gleis, das heißt dort ist der normale Verschleißzustand vorhanden. Wir fahren zudem mit unterschiedlichen Beladungszuständen, einmal leer und einmal mit einer simulierten Beladung von circa acht Tonnen. Wir haben ein Condition Monitoring System entwickelt zur Überwachung von Infrastruktur und Radreifenbeschädigungen, was mittels dem sogenannten Heavy Duty Tech funktioniert. Der Heavy Duty Tech ist ein drahtloser Sensor, der flexibel im Drehgestell verbaut werden kann, Daten wie Beschleunigung, Temperatur und Neigung sammelt und diese an eine Haupteinheit, dem sogenannten Gateway, im Zug verschickt. Der Gateway, unsere VCU Pro, ist unsere zentrale Steuereinheit, die alle Sensordaten drahtlos empfängt, diese vorverarbeitet und mittels Mobilfunkanbindung in die Cloud übermittelt. Die so erhobenen Daten können mittels Cloud Visualisierung analysiert werden und für den Betreiber dargestellt werden. Die Vorteile für den Kunden, in dem Fall die Graz Linien hier, ist, dass wir ein automatisiertes Messsystem anbieten, bei dem der Betreiber direkte Rückmeldung kriegt über seinen Verschleißzustand der Schiene und des Rades. Das heißt auch Flachstellen am Rad werden frühzeitig erkannt, so dass es zu keiner Komfort- und Geräuschbelastung kommt, für die Anwohner als auch für die Fahrgäste natürlich. Wir bieten zudem eine Optimierung der Wartungsintervalle an. Das heißt, durch ein frühzeitiges Erkennen von Unrundheiten und Unwuchten im Rad wird der Wartungsaufwand minimiert. Ungeplante Ausfallzeiten können wir auf ein Minimum reduzieren dadurch.